Die größte Bedrohung, die vom Weltall ausgeht, ist wohl der unzählige Weltraumshort. Darunter sind nicht nur etwa 3000 inaktive Satelliten, sondern auch Raketenteile und sogar eine Diskokugel. Sie alle sind mit einer hohen Geschwindigkeit von bis zu 30.000 Kilometern pro Stunde unterwegs und das unkontrolliert. Sie könnten die ganze Raumfahrt durch eine Katastrophe stoppen. Jetzt soll endlich gehandelt werden. Wie, was, warum? Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Das, was da um unsere Erde rast, ist quasi eine Müllkippe. Weltraumschrott wird oft unterschätzt mit fatalen Folgen, denn die Gefahr wird immer größer. Nach Angaben des Branchenverbandes Satellite Industry Association hat sich die Anzahl der Satelliten im All in den letzten fünf Jahren um 50 Prozent erhöht. Und fest steht, der Weltraumschrott hat eine gigantische Zerstörungskraft. Schätzungen zufolge kreisen mehr als 20.000 Objekte mit einem Durchmesser von mindestens zehn Zentimetern um unserem Planeten und das unkontrolliert hinzukommen. Etwa 750.000 kleinere Müllteilchen, die etwa einen Zentimeter groß sind und von der Erde aus nicht zu erkennen sind. Sie sind eine riesige Gefahr und können das Kessler-Syndrom auslösen, das unsere Zivilisation um Jahrzehnte zurückwerfen würde. Das Kessler-Syndrom startet durch einen Crash. Innerhalb von Stunden werden ein Großteil der Satelliten rund um die Erde zerstört als Kettenreaktion inklusive der Internationalen Raumstation ISS. Immer wieder schlittern wir an dieser Katastrophe vorbei. Es gab bereits 200 Kollisionen im Orbit der Erde und jede produziert wieder neue Schrottteilchen. Inzwischen geht man von etwa 170 Millionen Trümmerteilen insgesamt aus, die um die Erde schwirren. Wir sind im Moment quasi Zeuge eines Kessler-Syndroms in Zeitlupe. Spektakulärer Höhepunkt 2009 stoßen der Iridium-33 des Iridium-Satellitentelefonnetzes Gewicht eine halbe Tonne und der russische Satellit Cosmos-2251 zusammen. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von rund 40.000 Kilometern pro Stunde bleibt von beiden Satelliten nichts mehr übrig außer 100.000 Schrottteilen. Dabei wurde eine Energie von etwa 10 Tonnen TNT-Sprengstoff freigesetzt. Bedingt durch die Höhe ihrer Umlaufbahn wird es wohl rund 100 Jahre dauern, bevor die Teile in der Atmosphäre verglühen. Und selbst solche kleinen Müllteilchen können große Schäden verursachen. Treffen Müllteilchen auf Satellitenmodule kommt es zur Korrosion. Die vorzeitige Alterung der getroffenen Module ist nicht mehr aufzuhalten. Doch das ist noch nicht einmal der Worst Case. Denn selbst Schrottteilchen von einem Zentimeter Größe können Satelliten auch auf einen Schlag komplett zerstören. Dazu der Chef der Abteilung Weltraumtrümmer bei der ESA, Heiner Klinkrath. Wenn eine Aluminiumkugel von gerade mal einem Zentimeter Durchmesser auf einen Satelliten trifft, hat sie die Energie eines Mittelklasse-Wagens, der mit etwa 50 Stundenkilometer in ihn hineinfährt. Klar ist, ohne Satelliten sind wir aufgeschmissen und können weder telefonieren noch unser Navi im Auto nutzen. Aber auch für Raumfahrer kann Weltraumschrott gefährlich werden. Im schlimmsten Fall könnten dadurch sogar Flüge ins All unmöglich werden, eben wenn das Kessler-Syndrom einmal ausgelöst worden ist. Davor hatte ein NASA-Mitarbeiter schon vor 40 Jahren gewarnt. Bisher hatte man diese Schrottteilchen vor allem durch Radare beobachtet, um gefährdete Satelliten im Fall der Fälle rechtzeitig umlenken zu können. Doch nicht nur Forschungsteams weltweit, sondern auch Unternehmen arbeiten an anderen technischen Möglichkeiten, um zumindest ein Stück weit die Kontrolle über die gigantische Menge an Weltraummüll zu erlangen. Eine neue Idee kommt vom kanadisch-US-amerikanischen Satellitenbauer Space Systems Laurel . Und zwar plant die Firma eine Art Pannendienst für Satelliten. Bedarf ist da, denn wie gesagt kreisen etwa 3.000 inaktive Satelliten um die Erde. Dazu SSL-Mitarbeiter Al Taddeus, da werden buchstäblich hunderte Millionen Dollar zum Fenster hinausgeworfen. Schon in zwei Jahren will das Unternehmen ein unbemanntes Raumschiff losschicken. Es soll nicht nur in der Lage sein, an defekte Satelliten anzudocken und sie zu untersuchen, es soll sie auch betanken und reparieren können und die gewarteten Satelliten dann letztendlich zudem wieder in die richtige Umlaufbahn bringen. Eine Art Abschleppwagen ist auch von der Firma Intelsat geplant, die Betreiber von 50 Satelliten ist. Auch bei diesem Konzept soll an ausgefallene Satelliten angedockt werden, um sie dann wieder in die richtige Umlaufbahn zu buchsieren. Schon im kommenden Jahr wird wohl ein anderer Testlauf starten. Und zwar plant das japanische Unternehmen Astroscale mit Hilfe eines Magnetsystems kaputte Satelliten und auch anderen Weltraumschrott zu erfassen. Das Programm von Airbus heißt SpaceTag und verfolgt die Idee, alte Satelliten auf eine Entfernung von 200 Kilometern zur Erde zu schleppen und sie dort verglühen zu lassen. All diese Unternehmen wollen mit ihren großen Aufräumplänen im All natürlich auch großes Geld machen. Und die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht. Die Wartung von Satelliten bezeichnen einige schon als DIE Zukunftsbranche schlechthin. Denn eine Reparatur ist deutlich profitabler als eine neue Satellitenmission. Zudem gibt es entsprechende Auflagen, die das Geschäft lohnenswert machen könnten. Bereit seit 2008 fordert Frankreich von Satellitenbetreibern Maßnahmen zur sogenannten Deorbitierung der Raumfahrzeuge. Sie müssen also für die Entsorgung der Satelliten sorgen und dafür sie nicht einfach aufgeben. Fest steht, dass das Problem angegangen werden muss. Dazu Fred Kennedy von der militärischen US-Forschungsagentur DARPA. Wir wollen keinen Wilden Westen Zum Internet Agency Space Davis Coordination Committee gehören nicht nur die NASA und die ESA, sondern auch noch zehn weitere Raumfahrtagenturen. Auch hier wurden Richtlinien zur Vermeidung von Abfall durch die Raumfahrtindustrie im All vereinbart. Beispielsweise sollen Raumfahrzeuge bei ihren Missionen möglichst wenig Abfall abwerfen und Zubehör wie Adapter und Abdeckklappen nicht mehr einfach abtrennen. Auf unserer Erde haben wir übrigens mit einem nicht minder schlimmen Problem zu kämpfen. Plastikmüll macht die Erde inzwischen teilweise unbewohnbar, gefährlich für Mensch und Tier. Wir müssen etwas dagegen tun, ihr könnt mir dabei helfen. Abonniert den Account GetRidOfPlastics auf Instagram, dafür hier klicken. Zwei Dinge bewirkt ihr damit, ihr sorgt für Reichweite für das Thema und ihr erfahrt, was es alles für Produkte ohne Plastik gibt. Ihr könnt also Helden sein und das Ganze unterstützen, hier klicken, mitmachen und ansonsten bis dann. Bleibt dran!